Verehrte Bürger, diese Woche taucht im Internet die Broschüre Alles oder Nix. Jahresrückblick Dresden 2016 auf. Der Bericht wurde von Linksextrem erstellt und spricht offen über diverse Aktionen, zumeist Straftaten gegen politisch Andersdenkende. Das Heft gibt Hinweise und Anleitungen, wie sich Aktivisten bei geplanten Störungen, Anschlägen oder Sabotageakten zu verhalten haben, um möglichst unauffällig zu bleiben. Die Autoren verweisen auf das internationalistische Zentrum, das in Verbindung mit dem Linksextremistenverein Rote Hilfe e.V. steht, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ich habe ja schon viel im Bereich des Linksextremismus gesehen und bin einiges gewöhnt. Diese Broschüre jedoch schlägt dem Fass den Boden aus. Es ist ein Antifa-Pamphlet, übelster Sorte, voller Hass auf Andersdenkende, den Staat und seine Organe. Da feiern sich linksextreme Verbrecher beispielsweise für Störaktionen gegen Hotels, weil die es gewagt hatten, die AfD zu beherbergen. Sie bejubeln schamlos Gewalt gegen Demonstrationsteilnehmer, die sie mit Eisenstangen attackiert hatten. In Anleitungsform schanzen sie ihren Sympathisantentipps zu, damit sie bei künftigen kriminellen Aktionen unentdeckt bleiben. Das, was hier vorliegt, ist nichts anderes als ein Rechenschaftsbericht für Gangster und alle, die es noch werden wollen. Und was hört man von unserem CDU-Innenminister oder den Medien zu diesem Thema? Nichts. Ulbich schaut weg und in den Nachrichten ist nichts zu lesen. Das ist ein weiterer Skandal in diesem Bereich. Wieder bleiben die Altparteien und die Medien still, wenn zu Gewalt, Feindseligkeit und Anarchie gegenüber dem Staat und insbesondere der AfD aufgerufen wird. Kein Wort der Verurteilung, kein Wort zu einer möglichen Strafverfolgung. Der Innenminister ist offenbar nicht gewillt, diesen gefährlichen Spuk der linksextremistischen Antifa in Sachsen endlich zu beenden. Die AfD ist aber weder auf dem rechten noch auf dem linken Auge blind. Wir werden uns deshalb weiter dafür einsetzen, jede Form der politischen Gewalt zu verurteilen. Sie können die AfD dabei unterstützen, verehrte Bürger. Für ein demokratisches, für ein friedliches Sachsen. Ich danke Ihnen.